18 Minuten Yoga-Minimalismus-Wagen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Du wirst in dieser Yoga-Einheit 18 Yoga-Übungen praktizieren und diese jeweils eine Minute halten. Und dadurch kommst du mit deinem Körper nochmal ganz neu und bewusst in Kontakt. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sehen uns wieder auf der Matte. Komm bitte bequem in die Stellung des Kindes. Die Knie großzügig auseinander, schieb mal die Arme nach hinten. Und du bleibst in der Position für noch 50 Sekunden. Der Atem fließt, schließt die Augen. Lass dich ganz entspannt in die Hüfte hinein sinken. Das Motto der Stunde weniger ist mehr. Erlaube es dir mal einfach in die Ruhe hinein zu entspannen. Das zuzulassen. Diese Ruhe zu ertragen. Jetzt schiebst du die Arme weit nach vorn. Komm über den Vierfüßlerstand, Liegestütz in den herabschauenden Hund. Finde hier eine gute Basis über die Hände, über die Füße. Kannst die Beine ganz leicht beugen. Rücken bleibt lang. Hebe die Schultern an. Du ziehst die unteren Rippen leicht nach innen. Die Bauchdecke ist aktiv. Und aus den Schultern heraus erde dich über die Hände. Du kannst auch die Fersen Richtung Boden sinken lassen. Ohne dass es dich im Rücken stresst. Du hast eher die Beine im Mikro gebeugt. Der Rücken ist lang. Dein Atem fließt ganz ruhig und ganz gleichmäßig. Mit der nächsten Ausatmung läufst du mit deinen Füßen nach vorn. Und zwischen die Hände in die Vorbeuge. Uttanasana, Füße, Hüft, Gelenks breit. Erlaube es dir die Augen zu entschließen, die Ellenbogen ganz leicht auseinander zu ziehen, in die Schultern hinein zu entspannen. Nimm eine unnötige Spannung aus dieser Position heraus, aber bleib aktiv mit deinen Füßen. Du wirst eine ganz neue Qualität dieser Übungen für dich erkennen, wenn du diese Position länger hältst. Bring den Fokus bewusst auf die Ausatmung, verlängere die Ausatmung. Atme bewusst ein und mit einer Ausatmung körperlich, mental entspannen, loslassen. Jetzt öffne die Augen, bring die Füße etwas großzügiger auseinander. Drehe mal die Füße leicht auseinander. Für Malasana, die Hocke, beug die Beine. Komm in die Hocke. Falls dir das für die Knie zu viel ist, setz dich einfach bequem hin. Kannst du mal einfach die Oberarme auf die Knie ablegen. Genau, schließ die Augen. Du kennst die Hocke vom Kanal. Es gab ja die 30-Tage-Hocke-Challenge. Ich habe dir das Video mit verlinkt. Es lohnt sich, die Hocke in deinen Alltag mit zu integrieren. Du merkst es hier schon, es ist eine wunderbare Länge im unteren Rücken. Schöne Hüftöffnung. Knie schauen in Richtung deiner Zehen. Knie kippen nicht nach innen, eher ganz leicht nach außen. Atme aus, öffne die Augen, komm auf die Fingerkuppen zurück, schieb dich zurück in die Vorbeuge. Uttanasana, die Hände an die Hüften, einatmen, richtig langsam auf zum Stehen. Dann komm in die Mitte deiner Matte und grätsch die Beine. Füße gehen weit auseinander, schieb mal die Arme auseinander, finde den Abstand deiner Füße noch ein Stückchen weiter, großzügig. Und dann platziere die Hände an die Hüften zurück, beug die Beine leicht, drehe die Füße 45 Grad nach außen. Genau, beide Beine beugen. Setz dich mit deinem Gesäß ein Stückchen tiefer, bleib aufgerichtet. Rücken lang, steiß Benzin nach innen. Das ist eine schöne Öffnung deiner Adduktoren, atme. Gute Vorbereitung für die nächste Stehsequenz, die dich erwartet. Rücken lang, Bauch aktiv. Atme. Und dann streckst du die Beine wieder aus. Du drehst deinen linken Fuß zurück, Fußaußenseite parallel, dein rechtes Bein beugst du. Schiebst die Arme über vorne nach oben. Genau, dann schieb die Arme auseinander. Du atmest bewusst ein und aus. Beginn, mehr Aktivität über die Beine ins Becken zu ziehen. Ein Steißbein zieht nach innen, richte dich im Becken auf. Bauch aktiv. Du kippst nicht in ein hohes Kreuz, sondern durch das nach innen ziehen der unteren Rüben bist du hier wunderbar stabil. Lass diese Kraft, diese Anmut, diesen Stolz wirklich in dieser Position für dich spürbar werden. Kraftvolle Basis über die Beine. Du merkst das. Tief ein und tief ausatmen. Dein Atem fließt. In der nächsten Ausatmung platziere die rechte Hand an die Innenseite vom rechten Fuß. Bleib auf deinen Finger gucken und du schiebst deinen linken Arm hoch zur Decke. Du kannst entscheiden, entweder du schaust zum Boden oder zur Seite, so wie es deine Halswirbelsäule mitmacht. Dein rechtes Knie drückt gegen den rechten Oberarm. Utthita Parsvakonasana. Noch eine halbe Minute. Tiefer Atemzug. Jetzt wird es innerlich warm. Vielleicht spürst du das. Es ist eine kraftvolle Position und da verweist du noch für die letzten 20 Sekunden. Es ist eine schöne Übungspraxis für dich zu Hause, Yoga längere Zeit zu üben, die Übungen, um mit dem inneren Schweinehund mehr in Kontakt zu kommen, um mit dir in Kontakt zu kommen. Linke Hand an die linke Hüfte. Lass dir Zeit. Bleib auf deinen Finger gucken und beginn das rechte Bein zu strecken für das Dreieck Trikonasana. Zieh die rechte Hand genau unter die rechte Schulter. Dreh dich von rechts nach links auf. Schenk dir innerlich ein Lächeln und dann kannst du gerne den linken Arm Richtung Decke nach oben schieben. Das Dreieck Trikonasana. Wenn du magst, schließ die Augen und bleib in Verbindung mit deinem Atem. Die Schienbeine ziehst du von außen zueinander. Kraftvolle Basis. Beine aktiv. Tiefes ein. Langes Ausatmen. Bring den Fokus zurück auf die Ausatmung. Linke Hand an die linke Hüfte. Öffne die Augen. Einatmen. Richte dich auf. Hände zurück zum Herzen. Den rechten Fuß nach innen drehen. Den rechten Fuß nach außen. Schieb die Arme über vorne nach oben. Dann gehen die Arme weit auseinander. Linkes Bein beugen. Krieger 2. Vira Patrasana. Beide Arme in Linie. Schultern entspannt. Steißbein zieht nach innen. Rücken lang. Atme. Was strahlt diese Position für dich aus? Was bedeutet für dich ein Krieger oder eine Kriegerin zu sein? Vielleicht deine eigenen Ziele zu verfolgen. Das Leben mit einem gewissen Blick zu meistern. Atme aus. Linke Hand an die Innenseite vom linken Fuß. Utthita Bhasko Kondasana. Rechte Hand an die rechte Hüfte. Halte die Verbindung vom linken Knie, linken Oberarm. Dreh die von links nach rechts auf. Schultern weich und weit. Dann schieb den rechten Arm zur Decke. Du kannst gerne mal zu uns schauen. Eine Linie. Rechte Hand. Ellenbogen rechte. Schulter linke. Schulter linke Hand. Gelenk über Gelenk. Und wenn du magst, schließ die Augen. Gönn dir Raum in den Flanken. Verlängere dich über die Krone des Kopfes. Die Halswirbelsäule bleibt lang. Der Atem fließt. Du bist in Kontakt mit dir. Längere Ausatmung. Spür dich. Öffne die Augen. Rechte Hand an die rechte Hüfte zurück. Aus einer linken Hüfte strecke liebevoll das linke Bein. Versetze die linke Hand leicht nach hinten unter die linke Schulter. Bleib auf deinen Fingerkuppen. Und wenn du magst, streck den rechten Arm zur Decke. Es empfiehlt sich hier auch wieder mal die Augen zu schließen. Füße geerdet. Feste Basis. Und dann aus dieser Basis gehen die Ausdehnungen. Über die Peripherie. Über die Fingerkuppen. Über die Krone des Kopfes. Über die Körperrückseite. Die Körpervorderseite. Schau, wie viel Raum dir dieser Minimalismus gibt. Ausatmen. Öffne die Augen. Bring die rechte Hand. Nehme die linke Hand. Dreh deinen linken Fuß mit nach innen. Dein Oberkörper läuft zur Mitte. Stehende Vorbeuge. Prasarita. Lass dich einfach nach vorn und unten sinken. Finde deine Position. Auch hier für die letzten 40 Sekunden. Du hast bereits zwölf Minuten Yoga im Blut. Dann kannst du dich so innerlich auf die letzten sechs Minuten einlassen. Öffne die Augen. Und dann lauf mit deinen Füßen langsam zueinander. Beug die Beine. Setz dich bequem hin. Und du hast die Füße ausgestreckt. Zieh die Gesäßhälften auseinander. Und dann ziehst du deinen linken Fuß zu dir heran. Und verbeug dich über das rechte gestreckte Bein. Du musst hier nichts erreichen. Die Schurden entspannen. Dein Atem fließt. Die Kopf-Knie-Position. Ganz aktive Füße. Erlaube es dir in die Rückseite hinein zu entspannen. Mit Unterstützung der Hände richte dich auf. Lauf wieder nach hinten. Für den Drehsitz ziehst du das linke Knie zu dir heran. Rechter Arm und das linke Knie. Die linke Hand stützt ab. Schließ die Augen. Für die nächsten 40 Sekunden. Deine rechte Oberschenkel ist leicht nach innen gedreht. Schieb die Ferse, die Ballen nach vorn. Ein ganz aktives rechtes Bein. Erlaube es dir in die Hüfte hinein zu entspannen. Die Krone vom Kopf Richtung Decke zu schieben. Schurden entspannt. Drehsitz. Langes, vollständiges Ausatmen. Öffne die Augen. Dreh dich über die Mitte zurück. Noch mal zur anderen Seite. Zur Mitte. Linkes Bein ausstrecken. Rechtes Bein heranziehen. Vorbeuge über dein linkes gestrecktes Bein. Janushyosasana. Und so wie du die Ellenbogen ganz leicht auseinanderziehst, bekommst du die Schultern hinten Raum. Kannst in die Rückseite atmen. Und erlaubst dir dann aus dieser Rückseite in die Körpervorderseite hinein zu entspannen. Du wirst dein eigener Beobachter und erkenne, wie viel Bewegung in so einer ruhigen Position steckt. Der nächste Einatmung. Richte dich bitte wieder auf. Kannst die Augen öffnen. Zieh dein rechtes Knie heran. Mit bisschen Abstand. Rechte Fußaußenseite. Verlängerung zur Hüfte. Und dann wickel dich auf. Dein linker Arm. Das rechte Knie. Rechte Hand stützt ab. Entspann beide Schultern. Auch die linke Schulter. Zieh nach hinten unten. Die Ballen schiebst du nach vorn von dem linken Fuß. Erlaub es dir, in den Körper hinein zu entspannen. Du bist aktiv und passiv zugleich. Erlaub es dir, öffne die Augen. Dreh dich über die Mitte zurück. Nochmal bitte nach links. Und dann streckst du beide Beine aus. Letzte Position. Padakonasana. Beide Beine beugen. Die Fußsohlen zueinander. Und dann kippst du einfach nach vorn. in die Vorbeuge. In die Vorbeuge, die Hände, die Knöchel, die Ellenbogen, vor die Schienbeine. Genau. Und dann finde eine Position, wo du ganz entspannt mit dir und deinem Körper in Verbindung bleiben kannst. Kannst du einen unnötigen Druck vermeiden. eine Verbindung zum Atem aufbauen, die dir deines Atems bewusst werden. Und dann atmest du aus, öffne die Augen, komm langsam nach oben zum Sitzen. Sitz bequem, aufgerichtet, Füße locker abgelegt, Hände zum Herzen. Gönn dir nochmal ein tiefes Durchatmen. Bedanke dich bei dir selbst für die Übungspraxis. Möge Yoga dir helfen, dass du diesen Minimalismus für dich immer wieder neu entdeckst und die Erkenntnis sich entwickelt, weniger ist manchmal mehr im Leben. Atme aus, öffne deine Augen, löse die Hände. Vielen Dank, dass du mit uns diese Übungssequenz geübt hast. Das war ein Experiment. Es würde mich oder uns sehr freuen, wenn du mal ein Feedback schreibst. Wie hat dir das gefallen? Ich übe Yoga so sehr gern für mich, auch in den Yoga-Stunden. Freut mich, von dir zu lesen. Du kannst den Kanal hier oben abonnieren. Und hier gibt es das nächste Übungsvideo. Hab einen wunderbaren Tag. Ready. Das waren 18 Minuten. Wahnsinn. Krass, oder? Kommt mir vor wie zehn. Wirklich? Cool. Ja. Das fand ich gut. Ich auch.